Dieses alte Rasenmäherblatt hat einige Löcher. Für das Projekt sind die Löcher eher ungeeignet, deswegen habe ich sie zugeschweißt. Sollte Rasenmäherblatt hat einige Löcher. Nachdem ich meinen Kaffee getrunken habe, werde ich aus diesem Blatt eine Sichel schmieden. Sichelblätter zu schmieden ist immer etwas nervig. Da das Ausgangsmaterial relativ dünn ist und in seiner Ebene gebogen wird, braucht es etwas Übungen. Das Werkstück will sich nämlich immer wieder zusammenfalten. Das Werkstück will sich immer wieder zusammenfalten. Für den Griffansatz werde ich jetzt eher Oldschool schmieden. Das Werkstück Der Zunder, der sich beim Schmieden bildet, muss vor dem Schweißen heruntergeschliffen werden. Das Wegschweißen wird sonst zu einer erheblich interessanteren Erfahrung. Also ich meine interessant im Sinne von verdammt nein, scheiße, Mist. Warum brennt mir ein Doppel-Elektrode weg? Interessant. Das Werkstück 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 Dasmiyor Das Werkstück Das Werkstück Da Die Klingel schlägt der Sichel, das wird später mal die Klingel wird, wird aufgefeilt und anschließend hart gehämmert. Die Sichel wird nicht richtig gehärtet, trotzdem wird sie die Schärfe halten. Aus den Zinken dieser Mistgabel werde ich den Griff schlechten. Das Ziel ist, dass der Griff wie gewachsen aussieht. Wow! Die Klingel Sprüche Untertitelung des ZDF, 2020 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 In Zeiten der Corona-Krise ist ein Postversand mir zu aufwendig, deswegen werde ich diese sich per Magie verschicken Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020